Es ist denn die Möglichkeit. 1.300 Credits. Ja, das ist auch was Neues. Warte, ich muss die Musik mal leiser machen gleich. Boah, fuck you, ey. Wir sind wieder nach dem Update voll laut jetzt. Ja, ich hab das eben auch noch mal runterdrehen müssen. Ich hab das zwar schon vorher ein bisschen gemacht, aber... Na eben ging das eben genau, aber ich mach die Gesamtlautstärke mal hier. Das Geräusche. Klamm. Oh, Entschuldigung. Ist es denn die Möglichkeit. Boah, ich hab mehr Schaden gemacht als du. Boah, ey. Ja, ich bin der König der Welt. Aber sowas von. Ja, wie seht das aus? Ja. Ja. Ich kann jetzt V-Prime und Aphrodite machen. Ja, dann... Äh, was haben wir denn hier? Ja, V-Prime geht Richtung Erde. Das andere ist ein Butterast sozusagen. Ja, wir können V-Prime dann weiter machen. Rettung. Doch, mach mal V-Prime. Ja, genau. Geht wir mal V-Prime drauf. Vielleicht kommt ja einer von den anderen da noch mit. Ja. Genau. Jetzt ist er, da kommt schon noch einer mit. Noch ein Meck. Armeck ankommen mit, ja. Ist das so eine Minute auf dem Arten, weil der nicht klickt oder was? Ja. Boah. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt... Kann man den kicken? Ja, je nach... Manche Spiele kannst du auch direkt starten oder so, wenn du... Ja. Ähm... Wie heißt das? Und halt... Credits in Containern. Die du aufmachst. Aber so viel hatte ich jetzt nicht drei, vier Stück aufgemacht, wenn überhaupt. Doch, davon habe ich einige aufgemacht. Ja, dann schauen wir mal hier. Ich glaube Rettung war da irgendetwas. Jetzt ist der aber wieder dabei, ne? Der John needs to die oder wer hier ist da. Jörg. Lalalalalalalalalalalalalalalala. Ja. Genau, lauft jemand in die Richtung. Ich gucke mir den Container hier nochmal an. Credits, credits. Er hat den Container schon aufgemacht. Du stehst einfach wieder auf nach meiner Attacke, du Penner ein. Du stehst einfach wieder auf nach meiner Attacke, du Penner ein. So. Aus dem raus. Wollen wir mal hier noch irgendwas? Wieso brenn ich? Was weiß ich doch nicht. Ah, das hat scheiß Ding auch schon mal aus. Er stand grad voll ins Lamm. Äh, da hinten ist glaube ich irgendwo der Computer zum Hacken. Da unten, Isa, da unten. Ich mal die einfach mal, ich bin faul. Mach das. Türchen ist offen. Was denn, was denn, wo denn, wer denn? Da oben. Ne, hier unten. Ne, hier ist eindeutig ein ganz... Blaue Kugel. Rutzel. Verdammt, daneben. Da ist ja noch einer. What? Willst du das wohl bleiben? Was hätt's davon? Was schießt denn auf mich? Da hinten. Da hinten. Die alte blöde Sache. Aber die brauch ich gar nicht. Da ist noch ein Teil. So. Wollen wir mal die Tür mal aufmachen, ja. Ja, jetzt muss da noch einer dran drücken. Ah, die Seite? Ja, ja, die andere Seite. Musst du auch die Tür aufmachen. So. Musst zusammen machen. Ja. Halt, da war ne blaue Kugel. Komm her. Ah. Ah. Ich kann auch nicht hinterm Schrank... Mal stecken, du. Kriegst du trotzdem einer rein? Ja, die kommen auch aus den Containern teilweise auch. Ich kann ihn nicht aufmachen. Oh, jetzt. Jetzt geht's. So. Ne, der war grün und ich konnte ihn eben nicht aufmachen. Zack. War der schon mal. Und weiter geht's. Blaue Kugel. Da stehen wir noch welche hier. Blaue Kugel, genau. Den wir mit. Aber Kugeln sind immer gut. Wieso ist denn jetzt hier das? Ach so, da war die Lichtschranke gar nicht. Blaue Kugel. Und ne Mod. Oh ja, Trommelmagazin oder so, oder? Ja. Da oben sind wieder Container. Sehr schön. Neh, mal dankend dann. Hat da noch was für mich bei. Zack. Ach, jetzt noch ne Mod. Der Kugel fallen lassen. Das ist ja nett. Na, ich komm sie holen. Buben, ne? Ja, ja. Ich hab die markiert. Hier ist noch eine, ne? Hier unten. Jetzt noch gar nicht. Mach die ist unten bei mir. Die ist runtergefallen. Ja, da waren mehrere, ne? Ja, da waren mehrere, ne? So, da hinten ist noch der blaue und der weiße. Was? War doch gar nicht nur bei Skull da. Na, ich hab schon einen gebildet. Ja, das hab ich kennengesehen. Na, dann war das auch Einbildung. Ja, da wollen wir mal eine Etage nach unten hüpfen. Runter müssen. Ja, denke ich mal. Da oben ist ja keine Tür mehr. Also. Wow, mein Team, wir brauchen Hilfe, um die Tür zu öffnen. Das ist aber schade. Ja. Er hat noch nicht Hebel noch mal. Guck mal hier noch was denn öffnen. Oh, wenn du aufs Feuer rennt, dann brennt man. Hölle Sau. Halt. Nicht am Schrank vorbeirutschen. Da. Ach, hier sind ja noch mehr Schränke. Zack. So. Wir sind hier noch ohne Fahrschein. So. Blaue Kugel. Ja, blaue Kugeln sind immer gut. Schon wieder überbrücken das Scheißding. Und offen. Attacke. Lässt du da bleiben. Scheidammt, hier ist nichts zum abgreifen hier. Hä? Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja, da ist ein kleiner Raum. Da muss er noch oben gehen. Ja, ich bin in einen anderen Eingang, äh, in die Richtung gelaufen wie ihr. Ja, ich komm ja schon. Ich komm ja. Ich komm ja. Lass mir auch noch was übrig. Ja. Und wieder eine Mod. Ja, 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 ja. Die hab ich gesehen. Weeeeeeel. Clutch. So. Da hat er hinten seine blaue Kugel. Nehmen wir noch schnell mit. Hier ist das Ziel, glaub ich, ne? Ne. Ich glaub, ihr seid in einer ganz anderen Richtung, oder? Was? Verdammt, wo ist die... Scheiß, ich seh sie nicht von hier aus. Warum schießt ihr die nicht kaputt, verdammt? Mensch. Komm, mach die Tür auf. Ah, endlich geht doch. Ach, klapp doch sonst da durchrutschen. Ach, geht doch. Das hat er mal mitgedacht. Weiße Kugel. Okay. Komm, mach die Tür auf. Oh, oh, oh. Jetzt müssen wir den Kollegen suchen, hier. Irgendwo hat er sich jetzt hier drin versteckt. Mal gucken, ob er hier drin ist. Na, hier ist er schon mal nicht drin. Da hinten ist auch noch was, ne? Muss ich noch schießen? Ne, da ist ein Rescue, also retten. Gucken, wo ist der Kerl. Ich glaub, den kannst aber auch nicht kaputt schießen. Aber du, ähm, der kann halt verrecken, wenn der den zurücklässt, quasi. Ja. Na, da unten sind ja auch noch zwei Türen. Ach, das war zu weit. Mal gucken, was hier wird drin ist. Jo, ich hab ihn. Na toll, dann mach ich mir jetzt mal die Mühle hier. So ne Scheiße. Find your way to the exits and don't leave the subject behind. Schon wieder hacken hier. Und offen. Was? Ach, wir müssen jetzt hier unten in den kleinen Raum rein. Na, Kundschaft hier irgendwo? Mach du den Container, guck ich mal hier. Ja. Na, ich bin gar nicht bei euch. Ich bin hinter euch noch. Ne, ich meinte den... Naja, du willst ja nie spielen, dann ist das ja. Genau. So Mutti, jetzt aber ja. Ach, wo der liegt. Da lebt der immer noch. Ach, der hat ne Mod fallen lassen. Ist ja praktisch. Mach, du willst doch mal aufstehen, du Saftsack hier. Du stehst nicht mehr auf. Geh mal zurück, da liegt ne Mod auf der Treppe. Ach, wir sehen schon den Wegpunkt. So, kann ich auch. Ach, da unten ist ein Mod. Ja, ja, okay, ich sehe sie. Und zwar abends mal Trommelmagazin. Ach, verdammt jetzt. Wo ich mal ein bisschen Energie hätte gebrauchen können, wo die so schön da beieinander stehen. Geh mal da grob reinhalten hier. Hey, bleibt hier, komm her. Ich hab da was für dich. Na. Ich glaub, der hat schon wieder ne Mod fallen lassen. Ich hab die doch gerade hier weg springen gesehen.